und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmerstein baut mal wieder mit einem set aus dem let's brick convolut und ihr habt doch den spruch jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon im ohr ihr dürftet wählen und ihr habt gewählt und mal wieder von der auswahl das set was ich am wenigsten erwartet hätte dass ihr es als nächstes sehen wollt aber so kann man sich täuschen ich freue mich dennoch auf jeden fall sehr auf dieses set denn wir haben hier von linus die ln 8029 186 teile also ein wirklich kleines set und das ganze ist aus der peanuts reihe von linus das jungle adventure wir haben mit dabei den guten alten naja fast zumindest auf jeden fall ist das der liebe snoopy und bei der menschlichen figur bin ich mir nicht zu hundertprozentig sicher muss ich sagen von den haaren hätte ich ja auf die liebe sally brown getippt aber ich bin mir echt nicht sicher weil die kleidung fände ich da irgendwie nicht passend gewählt für sally brown ich denke wir können uns darauf einigen dass ich sie erst mal sally nenne und wenn das falsch sein sollte werdet ihr das hoffentlich auch überleben denn ich habe zwar einige folgen von den peanuts gesehen war dort aber nie so tief drin wie jetzt ein hardcore fan auf jeden fall ist es aber eine putzige serie gewesen und ich hoffe dass dieses set hier genauso putzig sein wird mein erster kontakt mit linus war leider absolut nicht gut denn da habe ich ein fossil gebaut ein dino fossil und hatte damit wirklich keine freude da waren sehr sehr viele sachen die mir die freude einfach verdorben haben aber ihr wisst ich gebe herstellern grundsätzlich auch noch eine zweite beziehungsweise auch weitere chancen und dementsprechend schauen wir uns eben heute dieses gebrauchte set aus dem let's break convolut an die verpackung finde ich auf jeden fall schon mal schön gestaltet mit diesem gemalten hintergrund und darin dann das set eingearbeitet wir haben eine ordentliche box die man auch aufklappen kann sprich man kann sie zerstörungsfrei öffnen auf der seite haben wir noch mal die ganzen rabauken in gezeichneter form abgebildet und auf der rückseite haben wir so eine schöne schatz karte und auch noch ein anderes set aus der reihe und zwar die rock mainz abgebildet auch hier finde ich die gestaltung auf jeden fall gut gelungen das wichtigste findet sich aber wie immer in der verpackung und dementsprechend mache ich das ganze jetzt auf und wir schauen uns zusammen die steine und die anleitung an reihe und zwar die rock mainz und drin finden wir dann wie wir das schon aus den anderen sets des let's break convolutes kennen wirklich sehr schön verpackte steine die auch thematisch irgendwo sortiert worden sind über die steinequalität dieser steine reden wir natürlich dann wie immer während des baus und mit dabei haben wir natürlich auch die anleitung die anleitung muss ich sagen wirkt irgendwie etwas ausgeblichen aber von der rückseite sieht sie genauso aus also ich gehe eher davon aus das ist wirklich die druckqualität und dass es nicht am gebrauchten zustand liegt es ist natürlich mit 100 prozentiger sicherheit jetzt nicht zu sagen wenn das natürlich der standard ist dann könnte die druckqualität auf jeden fall besser sein sie ist klammergebunden wir haben ein relativ dünnes papier deshalb sieht man auch hier die nächsten bauschritte direkt durch das gefällt mir immer nicht so es ist auf jeden fall eine sehr klare anleitung ohne viel schnickschnack es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird mit vollfarbe dargestellt wir haben natürlich auch hin und wieder die zeichen wo wir etwas drehen sollen aber sonst wirklich einfach eine anleitung ohne irgendwelchen schnickschnack der bau geschieht dann auf 30 seiten und dann bauen wir noch die snoopy und eben die sally figur zusammen eine teile liste vermisse ich noch in der anleitung und zumindest diese leeren seiten hätte man vielleicht noch etwas gestalten können das macht einfach einen besseren eindruck wird dem bau aber natürlich keinen abbruch tun und mit genau diesem bau fange ich jetzt an wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen set wieder wir werden hier keinen zwischenbauschritt benötigen und ich freue mich auf jeden fall auf dieses kleine putzige peanut set von linus und damit steht es auch schon fertig da von linus das jungle adventure aus der peanuts reihe zugegebenermaßen für ein jungle adventure ist hier relativ wenig jungle dabei aber sei es drum wir schauen uns auf jeden fall erst mal die figuren an und optisch finde ich sind die figuren auf jeden fall ein kleines highlight des sets sie haben überhaupt nichts mit den dänischen figuren am hut deshalb sollte es hier auch keine probleme geben die probleme kamen dann von einer anderen richtung denn ich habe mir gedacht ich möchte mir schon anschauen wie die figuren zusammengebaut sind und wollte sie deshalb auseinander nehmen das hat auch funktioniert deshalb kann ich auch sagen sie haben wirklich überhaupt nichts mit dänischen figuren vom aufbau gemein wir haben zum beispiel noch ein kopfteil drin aber zum beispiel bei dem kollegen oder der kollegin je nachdem wer das nun jetzt ist könnte man die hände einfach nicht mehr entfernen die sind viel viel zu fest ich kann mir vorstellen dass der erste zusammenbau auch dort keinen großen spaß gemacht hat wie gesagt optisch sind die figuren auf jeden fall gut qualitativ könnte man trotzdem noch ein wenig nachlegen denn wie gesagt die hände viel zu fest für meinen geschmack und der kopf gerade von dem lieben snoopy ist wirklich sehr sehr locker also das so gut wie keine klemmkraft dahinter wenn es jetzt so da steht mag das ganze funktionieren aber spieltauglich ist die figur auf jeden fall nicht auf zu noppen gehen die beiden figuren auf jeden fall und das schöne ist die figuren stehen auch ohne noppen dann haben wir die zwei loren hier kann man nicht viel meckern das ganze ist drehbar also sie funktionieren auch wirklich wir haben in der mitte einen ball joint um das ganze zu bewegen und ist natürlich ein sehr sehr kleiner und einfacher bau aber zum spielen reichen die wirklich komplett aus und dann haben wir in dem set noch ein spielfeature und zwar haben wir hier drin einen stein mit einer konstruktion drin liegen den stein zeige ich euch gleich noch mal im detail mein problem dabei ist die konstruktion funktioniert wirklich nicht gut wir haben hier nur einen ganz ganz kleinen moment bei dem der stein getroffen wird sobald er etwas schief da drin liegt wird er gar nicht mehr getroffen und dann macht so auto so machen ich mache so aber den stein überhaupt erstmal hier rein zu bekommen ist auch wirklich sehr sehr fummelig gerade weil er wirklich perfekt drin liegen muss und wenn man das dann einmal geschafft hat kann man hier den mechanismus betätigen und der stein rollt drei zentimeter weiter das ganze hätte das potenzial ein cooles spielfeature zu sein da muss man aber auf jeden fall noch ein wenig liebe und steine investieren damit das besser funktioniert meiner meinung nach dem mechanismus die plate sollte um eins mindestens länger sein oder man würde bei dem stein noch eine plate drunter setzen dass da mehr kraft drunter kommt so ist es nicht gerade das gelbe vom ei und aussehensmäßig finde ich das für so ein kleines set durchaus gelungen wir haben einen relativ detaillierten felsen hier oben noch mal dieses kleine felsentor angedeutet haben die art minenschacht hier noch mal eine kleine schaufel und eine feuerwehr axt obwohl in der anleitung eine spitzhacke gezeigt wurde ich gucke ja sonst eigentlich von sets die ich bei euch keine reviews vorher hier habe ich mich aber noch mal versichern wollen und habe das video von let's brick angeschaut zumindest teilweise und da habe ich gesehen die hatten auch schon die feuerwehr axt und eben keine spitzhacke deshalb ist es ein fehler vom set an sich und es kommt nicht davon dass es gebraucht ist und die steine qualität ist vom verbauen wirklich gut das fühlt sich angenehm an die klemmkraft ist auch gut ich habe eher probleme mit dem aussehen der steine allein hier im braun haben wir so viele verschiedene farbtöne das geht hier oben im grau weiter und selbst die grünen plates treffen nicht annähernd die gleiche farbe also ich finde hier muss linus auf jeden fall steine qualitätsmäßig noch nachhelfen und damit ist es für mich eher ein schwaches set denn klar die figuren sind cool man kann sie sich zum sammeln irgendwo hinstellen auch wirklich bespielbar sind sie durch ihre schwächen nicht die lore ist ein kleiner bild aber dafür ein bild der auf jeden fall spaß macht und das haupt set es sieht in ordnung aus die farbabweichungen stechen natürlich hervor und vor allem es soll ja eigentlich ein spiel set sein was aber dann wenn die funktion nicht wirklich gut gemacht ist und die figuren nicht wirklich gut zum spielen geeignet sind irgendwo hinten runter fällt wenn man das ganze gebraucht für einen guten preis sieht dann kann man es gerne mitnehmen aber man kann das ganze auch noch neu für 10 bis 15 euro kaufen und das ist meiner meinung nach allein schon vom lieferumfang zu viel und die qualität gibt es am ende eben auch nicht her gebraucht für vielleicht fünf bis sechs euro wie auch immer hey dann kann man da mal zuschlagen und wenn man auf die reihe beziehungsweise eben auch auf die peanuts lizenz steht dann hat man damit auch seinen spaß aber hier gibt es wirklich nur eine sehr sehr eingeschränkte kaufempfehlung für den richtigen preis und wenn man fan ist vielleicht sich das ganze hinstellt zum sammeln aber zum spielen würde ich das meinen kindern jetzt nicht kaufen wollen es ist keine katastrophe aber hier geht meiner meinung nach auf jeden fall noch viel mehr wenn ihr natürlich das set selber besitzt schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben aber daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein und euer Bellybrick